Ripples kleiner Bruder, nur keine laufenden Rechtsstreitigkeiten mit US-Behörden. Bei diesem Stichwort geht es um niemand geringeren als Stellar. Eines der wahrscheinlich aktuell interessantesten Krypto-Projekte auf dem Markt. Dieses Thema wollen wir uns heute gemeinsam in diesem Altcoin-Video anschauen und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Timo und wir werden uns, wie ich gerade eben bereits angeteast habe, heute einmal gemeinsam das Projekt Stellar und den dazugehörigen Token XLM anschauen. Was ist Stellar und wer steht hinter diesem Projekt? Stellar wurde 2014 von einem ehemaligen Co-Founder von Ripple ins Leben gerufen, Jed McCaleb, gemeinsam mit der Anwältin Joyce Kim. Haben sie, nachdem es Meinungsverschiedenheiten bei Ripple Labs im Jahre 2013 gab, beschlossen, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Die Idee hinter Stellar ist, die finanzielle Inklusion zu fördern, sprich den Teil der Weltbevölkerung, der keinen Zugang zum Finanzmarkt hat, aufgrund eines fehlenden Bankkontos, diesen Zugang zu ermöglichen. Diese Idee, ihr werdet es schon vermuten, hört sich sehr ähnlich an zu der Grundidee hinter Ripple. Das ist auch das Interessante an Stellar, weil Stellar, beziehungsweise die Blockchain von Stellar, ist ein Hardfork von der Ripple, beziehungsweise XRP-Blockchain. Inzwischen wurde der Code neu geschrieben, die eigentliche Idee verfolgt aber ziemlich ähnliche Ziele wie bei Ripple. Wo liegt aber der Unterschied? Das können wir jetzt schon sagen. Während bei Ripple das Ziel ist, Unternehmen den Zugang zum Cryptospace zu gewähren und Finanzunternehmen an Blockchain-Technologie heranzuführen, geht es bei Stellar vielmehr darum, die Einzelperson in den Cryptospace zu inkludieren und somit allen Menschen den Zugang zum Cryptospace zu ermöglichen. Das sagt auch der Gründer selber, Jed McCaleb sagt, die Hauptidee hinter Stellar ist es, Menschen die Möglichkeit zu geben, Fiat-Währungen so einfach wie irgendwie möglich in Kryptowährungen umzuwandeln. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Vorteile, wie beispielsweise eine sehr schnelle Transaktionszeit und schnelle Transaktionskosten. Hier müssen wir aber ganz klar sagen, dass das natürlich immer die Hauptargumente von vielen Altcoins sind, da gerade Ethereum und Bitcoin vergleichsweise zu vielen Altcoins sehr hohe Transaktionskosten haben. Bei Stellar sprechen wir von 0,00001 XLM. Bei einem aktuellen Kurs von ca. 10 Cent handelt es sich hier also nicht mal um ganze Centbeträge, also wirklich unglaublich niedrige Transaktionskosten. Was ist denn jetzt überhaupt das, was Stellar so besonders macht? Wir müssen ganz klar sagen, das Projekt hat sehr viele interessante, große Partnerschaften in den letzten Jahren mit wirklichen Marktführern und Fintech-Unternehmen geschlossen. Da haben wir einmal eine Partnerschaft mit IBM. Gemeinsam hat man das Unternehmen WorldWire ins Leben gerufen, was es als Ziel sieht, große Finanzinstitute so einfach wie möglich und mit so gering wie möglichen Transaktionskosten an den Cryptospace anzubinden. In den letzten Jahren wurde dann auch noch die Stellar Foundation gegründet. Sie sieht vor, kleinere Projekte, die auf der Stellar Blockchain arbeiten, zu unterstützen. Das haben wir auch beispielsweise oft bei Solana oder Cardano gesehen, dass diese Foundations von den Unternehmen meistens selber gegründet, immer mit Gelder, also mit eigenen Token agieren und somit natürlich auch das eigene Ökosystem voranbringen. Hier ist aber der ganz klare Unterschied, dass die Nutzer selber darüber abstimmen können, wer Zuschüsse erhalten soll, beziehungsweise wer auch nicht gefördert werden soll. Ursprünglich wurde das Projekt ins Leben gerufen mit einem Circulating Supply von 100 Milliarden. Vor einigen Jahren hat sich aber das Projekt bereits dafür entschieden, die Hälfte dieser Tokens zu verbrennen. Bedeutet, heute gibt es insgesamt 50 Milliarden XLM und der aktuelle Circulating Supply beläuft sich, wir sehen das hier auch nochmal sehr schön bei CoinMarketCap eingeblendet, bei 28,4 Milliarden XML. Bedeutet, wir sind bei ca. 56 des gesamten Supplies. Warum ist jetzt Stellar so interessant? Das hängt ganz klar mit dem Use Case des Projektes zusammen. Ich habe gerade eben schon darüber gesprochen. Sie möchten alle Menschen an die Kryptowelt anbinden, beziehungsweise einen Zugang zum globalen Finanzsystem ermöglichen. Wie das funktioniert, da schauen wir gleich nochmal drauf. Aber die Chancen des Projekts liegen aktuell natürlich noch ganz klar in seiner Größe. Wenn wir uns das einmal anschauen, wie gesagt, sehr ähnliche Grundidee wie Ripple. Ripple hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 26 Milliarden US-Dollar, liegt damit auf knapp Platz 6 der weltgrößten Kryptowährungen. Wenn wir einmal nach unten schauen, Stellar liegt mit gerade mal einer Marktkapitalisierung von 3 Milliarden US-Dollar auf Platz 25. Hier ist also noch einiges an Potenzial, gerade eben auch in Verbindung mit den ganzen Kooperationen, die das Projekt in den letzten Jahren geschlossen hat. Wie funktioniert Stellar in der Praxis? Die Hauptidee ist es, Finanzressourcen so einfach und vor allem günstig wie möglich über Grenzen hinweg versenden zu können. Beispielsweise eine Bank in Japan kann ihre Finanzressourcen, in diesem Falle Yen, bei Stellar einzahlen. Diese werden dann in die eigene Währung XLM bzw. Lumens umgewandelt. Das Ganze wird dann zu einer Bank in Mexiko verschickt. Dort werden die XLMs zum aktuellen Währungskurs bzw. Wechselkurs in Pesos umgerechnet und können wieder ausgezahlt werden. Das Ganze ist bis heute im traditionellen Finanzsektor noch ein sehr schleppender und vor allen Dingen lange dauernder Prozess und hier möchte Stellar tätig werden. Nicht nur aber für die großen Finanzinstitutionen soll Stellar eine Alternative bieten, sondern auch für Menschen ohne Bankkonto, wie ich vorhin gesagt habe. Und hier unterscheidet sich Stellar ganz klar von seinem großen Bruder Ripple bzw. von der Mutter Ripple. Warum? Stellar hat einige sehr interessante Kooperationen, die wirklich bahnbrechende Veränderungen bringen können. Ich habe gerade eben erwähnt, Menschen ohne Bankkonto, wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Es gibt beispielsweise eine Kooperation mit MoneyGram. Was ist überhaupt MoneyGram? MoneyGram ist ähnlich wie Union West, eine Firma, die überall auf der Welt mit verschiedenen Standorten die Möglichkeit bietet, Bargeld, aber auch beispielsweise mit Kreditkarte oder Sofortüberweisung Geld bei Ihnen einzuzahlen, das zu einem anderen Standort zu versenden und dort dann an eine entsprechende autorisierte Person wiederum Bargeld auszuzahlen. Bedeutet, wenn wir jetzt von jemandem sprechen, in beispielsweise einem Schwellenland, der wirklich kein eigenes Bankkonto besitzt, aber jetzt in Kryptowährungen investieren möchte oder möglichst schnell in ein anderes Land oder auf einen anderen Kontinent Geld verschicken möchte, kann diese Person bei einem entsprechenden Standort von MoneyGram ganz einfach Bargeld einzahlen. Das Ganze wird dann in Echtzeit, also innerhalb von Sekunden in diese XLMs umgewandelt und die Person kann direkt auf den Kryptospace, aber beispielsweise auch auf verschiedene andere Netzwerke zugreifen. Und das ist natürlich eine ganz klare Besonderheit, weil hier ist wirklich jeder angebunden ohne Bankkonto, solange er sozusagen nur diesen Zugang zu einem Anbieter wie beispielsweise MoneyGram hat und kann so wirklich an dieser Kryptowelt partizipieren. Das Ganze basiert auf der Stellar Blockchain. Diese läuft mit dem Stellar Consense Protocol. Wer sich jetzt für die wirkliche Technologie dahinter interessiert, ich verlinke das Ganze gerne nochmal in der Beschreibung. Wir wollen uns jetzt hier nicht genauer die Technologie dahinter anschauen. Für uns geht es vielmehr um den Use Case, weil das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Wenn euch das Ganze interessiert für zukünftige Projektvorstellungen, schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Dann können wir das auch gerne nochmal ausweiten, beziehungsweise ein extra Video dazu machen. Hier soll es aber heute wirklich erstmal darum gehen, was ist Stellar, wie funktioniert Stellar und vor allen Dingen, was können wir vom Kurs in den nächsten Wochen und Monaten erwarten. Und wenn wir bei diesem Thema sind, mögliche Erwartungen, dann müssen wir einmal über die ganz klaren Ideen rund um eine mögliche CBDC auf Stellar-Basis sprechen. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört, vor einigen Wochen und Monaten haben wir auch selber in unseren Videos darüber geredet, dass verschiedene Länder, aber auch Unternehmen in Verhandlungen mit Ripple stehen. Gerade eben Regierungen sind sehr daran interessiert, auf XRP eine eigene CBDC, also Central Bank Digital Currency, zu planen. Das Ganze soll jetzt auch auf Stellar passieren. Ihr habt die genannten Vorteile gerade eben gehört. Hier in diesem Fall geht es aber jetzt um ein wirkliches Pilot-Test-Projekt in Zusammenarbeit mit der Ukraine. Das Ganze läuft bereits seit Anfang 2021 und hier könnte es bald sogar zu einem ersten Launch kommen. Stellar soll dabei die Grundlage sein. Es gibt auch, wie gesagt, schon erste Entwicklungen hinter dieser CBDC und das Ganze würde natürlich, wenn wir jetzt ein erstes Pilot-Projekt sehen mit einer eigenen CBDC, wir müssen ganz klar sagen, bis heute gibt es ja auch noch keine einzige wirklich offizielle CBDC, sondern nur einige Pilot-Testphasen, aber bisher noch kein Standard, der wirklich öffentlich für die breite Masse läuft. Dann würde das natürlich auch nochmal Stellar in einen sehr interessanten Kontext rücken. Warum? Wir haben gerade eben darüber gesprochen. 25 größte Kryptowährungen der Welt, da ist natürlich noch einiges an Potenzial nach oben. Gerade wenn wir überlegen, dass die eigentliche Grundidee sehr ähnlich zu dem großen Bruder Ripple ist und der ja alleine das mehr als Sechsfache der Marktkapitalisierung hat von dem, was bisher Stellar hat. Bereits 2021 kam es zur Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen dem ukrainischen Ministerium für Digitale Transformation und der Stellar Development Foundation. Da hat man beschlossen, dass man gemeinsam diese CBDC entwickeln möchte. Natürlich ist es aktuell eine sehr schwierige Situation in der Ukraine, aber natürlich würde so eine digitale Zentralbankwährung gerade im aktuellen Fall natürlich weitere Vorteile bringen. Wir müssen aber ganz klar davon ausgehen, dass das jetzt nicht der Hauptfokus ist. Trotzdem gehe ich aber davon aus, dass wir hier in einigen Jahren ein wirklich wahrscheinlich fertiges Projekt sehen könnten und sogar vielleicht schon noch in diesem Jahr eine erste Pilot-Testphase, wo das Ganze an den Start geht. Neben der Ukraine und weiteren interessanten Regierungen hat Stellar weitere Partner, die wirklich in ihrer Zusammenarbeit sehr bedeutend sind, beispielsweise Coinbase. Diese Kooperation wurde im Juni 2023 geschlossen und sieht die direkte Integrierung des USDC Circle Stablecoins in das Stellar-Netzwerk vor. Bedeutet, Nutzer können jetzt wirklich ohne Transaktionskosten und quasi in Echtzeit ihre Transaktionen auf dem Stellar-Netzwerk vornehmen. Darüber hinaus wurde der XLM-Token ebenfalls bei Coinbase gelistet. Darüber hinaus gibt es auch noch eine weitere On- und Off-Ramping-Möglichkeit über die bestehenden Börsen hinaus. Also wir sehen schon, das Ganze hat natürlich Stellar und natürlich damit auch dem XLM-Coin weitere Publicity sowie natürlich auch ein gutes Image beschert. Coinbase selber ist auch sehr interessiert an der Weiterentwicklung von Stellar, hat das Ganze auch nochmal in einem Tweet bestärkt, spricht davon, dass sie wirklich mit ganz großer Dankbarkeit, aber auch Spannung auf das Projekt schauen und darauf warten, was hier in den nächsten Monaten noch passieren wird. Jetzt aber einmal zu den Fragen, was sind denn überhaupt die Vor- und Nachteile, die wir bei Stellar sehen. Und dafür einmal eine kleine Auflistung. Wie gesagt, Stellar zielt darauf ab, jeden Menschen, egal wo er auf der Welt ansässig ist, an das Krypto, aber auch Finanzsystem anzubinden. Wir haben sehr geringe Transaktionskosten, sehr schnelle Transaktionsabwicklungen, wirklich viele etablierte Unternehmen, ich habe die Namen bereits genannt, IBM, mit denen gemeinsam ein weiteres Unternehmen gegründet wurde, darüber hinaus aber auch beispielsweise Coinbase, Circle, etc. Wir haben die Integration von möglichen Smart Contracts. Auf der Stellar Blockchain können verschiedene Vermögenswerte als ein Token erstellt werden, damit natürlich auch gegeneinander getauscht werden. Das Ganze bietet natürlich unglaublich viele weitere Möglichkeiten. Und die Stellar Development Foundation selber arbeitet als eine Non-Profit-Organisation und ist natürlich mit dem großen Ziel vertraut, Stellar nach vorne zu bringen. Was sind aber jetzt die Nachteile? Ganz klar, wir müssen sagen, Stellar hat ähnlich wie Ripple die Probleme rund um einen möglichen Rechtsstreit. Obwohl dieser Rechtsstreit nicht gegen sie läuft, können wir davon ausgehen, dass der Rechtsstreit Ripple vs. SEC natürlich einen möglichen Präzedenzfall für die Zukunft darstellen wird. Gleichzeitig haben sie natürlich auch starke Konkurrenz. Gerade eben andere Blockchain-Projekte, wie beispielsweise XRP oder weitere Token, könnten ihnen hier natürlich einen Strich durch die Rechnung machen. Da aber Stellar verschiedene Zielgruppen anspricht, wie Ripple, sehe ich das Ganze nicht als unbedingt einen der größeren Problempunkte. Dann haben wir natürlich auch noch weitere Probleme, wie technische Herausforderungen und Skalierbarkeit. Das wird sich wahrscheinlich echt erst abzeichnen in den nächsten Jahren, wenn Stellar wirklich nochmal wächst. Bisher können wir das Ganze noch nicht besonders gut absehen. Stellar bzw. XLM hat natürlich auch, wie viele andere Projekte, einen eigenen Explorer. Hier sehen wir beispielsweise verschiedene Stats der letzten 24 Stunden rund um den DLT. Hier beispielsweise sehr schön zu erkennen, insgesamt in den letzten 24 Stunden 7,9 Millionen aktive Accounts, die Transaktionen durchgeführt haben. Das ist für mich natürlich ein ganz wichtiges Zeichen. Diese Kennzahl wird denn die Blockchain auch wirklich von verschiedenen Nutzern benutzt. Oder ist das Ganze eher nach außen hin? Ein schönes Bild, aber es besteht eigentlich kein wirklicher Use Case. Auch die Transaktionen, wir sehen das hier, ganze Process Operations 9,5 Millionen und Payments 2,1 Millionen in den letzten 24 Stunden, zeigt mir ganz klar, XLM wird genutzt von verschiedenen Nutzern und hat natürlich auch einen wirklich relevanten Use Case, der sich vor allen Dingen mit der Entscheidung rund um XRP wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nochmal bestärken lässt. Obwohl ganz klar, müssen wir an dieser Stelle sagen, Stellar oder beziehungsweise besser gesagt XLM nicht in diesem Prozess mit eingefasst ist und somit, bevor sie nicht selber angeklagt werden, eigentlich hier schön aus der Sache raus ist. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal gemeinsam einen Blick in die Charts werfen und darüber sprechen, was ich denke, wo wird XLM langfristig gesehen hingehen. Dafür müssen wir einmal die aktuelle Faktenlage anschauen. Wir können das Ganze sehr schön mit XRP vergleichen, da das Projekt ja wirklich als ein Hardfork aus XRP hervorgegangen ist, sozusagen der kleine Bruder ist. XRP steht aktuell bei einer Marktkapitalisierung von ca. 26 Milliarden US-Dollar trotz der gegen XRP sprechenden Newslage. Was meine ich damit? Wir haben eine bevorstehende oder beziehungsweise wir haben eine eventuell bevorstehende mögliche Korrektur bei Bitcoin. Dementsprechend würde es wahrscheinlich auch nochmal zu einer größeren Korrektur im gesamten Cryptospace kommen. Und wir haben natürlich ganz klar den laufenden Rechtsstreit Ripple gegen die SEC. Hier kam es zwar zu einem ersten Urteil, wonach der Verkauf XRP an Retail-Investoren über Kryptobörsen keine Ausgabe einer Security war und sozusagen in diesem Falle XRP als eine Currency eingeordnet wurde. Aber der Private Sale, also sprich der ICO von XRP wurde ganz klar als eine Security eingeordnet. Das Ganze war damals sehr kontrovers, weil es eigentlich keine richtige Aussage war, wie ihr gerade schon gemerkt habt. Zum einen sagt man, XRP ist eine Security, zum anderen sagt man, aber es ist auch keine. Und dementsprechend gab es hier auch die Berufung durch die SEC und dieses Urteil wird wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren gefällt. Trotzdem, obwohl noch nicht ganz klar ist, was ist jetzt eigentlich XRP, stehen wir trotzdem bei einer so hohen Marktkapitalisierung. Und das ist noch nicht alles. Wo könnte denn jetzt überhaupt Stellar hingehen? Wir sehen das gerade schon sehr schön kurstechnisch. Wir sind aktuell bei ca. 11 Cent. Aber wir waren auch schon mal im Bereich der fast 1 Dollar Marke, also sprich bei einer Marktkapitalisierung von ca. 27 bis 30 Milliarden US-Dollar. Und ich denke, das ist absolut nicht unrealistisch, dass XLM in den nächsten Jahren beziehungsweise in einem nächsten Bullenmarkt dort auch wieder hingeht. Ja, das Projekt ist XRP, also sprich Ripple, sehr ähnlich. Aber wir haben dann doch unterschiedliche, man kann schon sagen Zielgruppen, die mit dem Projekt angesprochen werden. Während es bei XRP wirklich viel mehr um große Unternehmen, Regierungen, ETC geht, ist hier immer noch der kleine Retail-Investor im Vordergrund. Und es gibt wirklich unglaublich viele Menschen, die bisher keinen Zugang zum Finanzmarkt haben und denen damit erstmals eben dieser Zugriff auf die traditionellen, aber auch einfach auf die globalen Finanzmärkte gewährt werden würde. Dementsprechend, wir haben dieses größere symmetrische Dreieck auf dem Weekly-Timeframe. Wir sehen das sehr schön, bisher haben wir schon öfters unsere obere Neckline angetestet. Wir sind auch schon sehr schön von dem unteren aufsteigenden Support gebounced. Sollte es jetzt im gesamten Kryptospace eine größere Korrektur geben, dann ist es in meinen Augen nicht unwahrscheinlich, dass wir hier mit den nächsten Weekly-Candles nochmal auf unseren unteren Support abfallen. In dem Bereich, könntest du es einmal anschauen, von circa 9 Cent, 9 Cent, 6. Aber auch gleichzeitig, dass wir danach, wenn es natürlich auch wieder weitere Pumps gibt und es die New-Situation zulässt in den nächsten Wochen und Monaten, einen Ausbruch aus diesem symmetrischen Dreieck sehen und damit natürlich ganz klar diese rote Zone nach oben hin antesten. Das ist für mich auf jeden Fall nicht unrealistisch. Dort sehe ich auch XML. Gerade langfristig gesehen ist eine Marktkapitalisierung von bis zu 50 Milliarden in meinen Augen überhaupt nicht unrealistisch. Gerade wenn wir mal überlegen, was Kryptoprojekte in einem Bullenmarkt für riesige Marktkapitalisierungen erreichen. Wir haben ja wirklich schon gerade auch bei anderen großen Projekten, wie beispielsweise Cardano, Solana, ETC, in den letzten Jahren hunderte Milliarden von Marktkapitalisierung gesehen. Deshalb ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass XLM mit einem so interessanten Use Case und gerade auch mit dieser Verbindung zu XRP hier auf jeden Fall über diese 30 Milliarden Marke im nächsten Bullenmarkt hinausgehen wird. Und das bedeutet, vom aktuellen Kurs ist es ja auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich, dass wir noch ein weiteres 10X sehen, wenn nicht sogar 20 bis 30. Wie gesagt, ich bin kein Anlageberater. Das ist nur meine persönliche Einschätzung dazu. So sehe ich aktuell den XLM-Kurs. Ich denke aber, damit bin ich nicht ganz so weit davon weg, was wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren sehen werden. Das war es jetzt soweit von mir zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ganz mal einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns morgen wieder zu einem Daily Upload. Dazu gerne einschalten. Das war es heute von mir. Ciao.